willkommen zum neuen umbau oder bau video besser gesagt auf meinem kanal heute super oder hübschen wir unsere neu erworbenen rb und fuhrker oberalt bahnwagen von etzgarten bahn garten bahnwagen halt auf die dachlüfter dran und bei manchen ergänzen wir noch ein paar weil die vom zum vorbild nicht ganz gerecht waren dann kupplungen weil an einem wagen kupplung gefehlt haben und noch weitere sachen die noch ganz interessant sein könnten am wagen ja und da ist uns auch gleich schon ein kleines maler passiert mit dem teuren wagen weil die nicht aus einer großen produktion stammen sondern eher handgemacht sind die als gartenmann kennen ja seid einfach gespannt auf das video gleich aber nicht vergessen ciao so 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 so